Musik Oh mein Gott, Sie haben Hunger! Oh mein Gott, warten Sie, ich hole etwas aus meiner Tasche für Sie. Nein, nicht da. Ja, das, das, das. Also, erstmal brauchen Sie ein Kissen, Schlaf. Äh, noch, warten Sie. Noch brauchen Sie natürlich etwas zu essen. Hier. Und, dann brauchen Sie natürlich noch Geld. Den können Sie ruhig verkaufen, ich habe jetzt keine Zeit, Ihnen zu verkaufen. Hier. Äh, ich hoffe, das reicht Ihnen. Jawohl, warten Sie, ich komme gleich wieder. Ich muss kurz einkaufen für Sie. Äh, bis später. Ich muss gleich zu meinem Hufstudium, nicht, dass ich mich noch verspäte. Oh, was haben wir denn da? Oh mein Gott, ein dreckiges Vieh. Einfach ein dreckiges Vieh. Ach, warten Sie, ich hatte da etwas für Sie. Hier, das können Sie gerne haben. Ah, aber jetzt muss ich zu meinem Hufstudio. Oh mein Gott. Viel Vergnügen. Oh mein Gott. Einfach wieder häuslich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein, 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 ein Pferd. Hilfe. Ah, Hilfe. Komm, Kind. Oh mein Gott, wir müssen verschwinden, Kindchen. Das kann dir noch etwas antun. Komm, mein Kind, komm mit. Komm mit. Mutti, warte, der ist doch interessant. Hallo. Hä, 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 wer sind Sie? Äh, ich bin Olaf. Oh, heißen Sie so? Ja. Oh, und ich heiße Bibi. Mama, komm her. Der ist doch nett. Kindlein, du kommst jetzt sofort mit. Oh mein Gott. Was für eine Unverschämtheit Sie sind. Kommst du jetzt mit, Bibi? Ja, Mami. Äh, wollen wir Freunde sein? Na klar. Okay, wir besuchen dich jeden Tag. Jetzt komm doch mit, Bibi. Ja, ja, ich komm ja schon. Also, auf Wiedersehen, Olaf. Ach so, hallo. Hallo. Oh mein Gott. Es besagt zwar, man darf nicht mit Obdachlosen reden. Aber, naja. Guten Tag. Naja, ich muss jetzt aber los. Einen schönen Tag noch. Ja, tschüss. Corona ist überall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Obdachloser. Oh mein Gott. Wie viele Bakterien sie haben. Oh mein Gott. Mein Freund. Heute kommst du wieder zum Einsatz. Psch, 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 psch. Hey, hören Sie mal auf. Das ist unverschämt. Oh mein Gott. Sie sind unverschämt. Aber jetzt müssen wir gehen. Oh mein Gott. Corona ist überall. Geben Sie mir alle eure Dollar-Scheine. Ich bin ein Gangster. Ha, ha. Hast. Hast einen. Gibst mir sofort. Oh mein Gott. Nehmen Sie, was Sie wollen. Aha. So. Es war ein kleiner Raub. Aber jetzt. Und sagen Sie keinem, dass ich hier war. Sonst geht es Ihnen schlecht. Oh mein Gott. Ja, ich tue alles, was Sie sagen. Lassen Sie mich bloß in Ruhe. Psch, leichte Beute. Und jetzt muss ich rennen. Wui. Oh mein Gott. Tiger Kralle. Endlich rennst du mal nicht weg. Guck. Ah. Oh mein Gott. Tiger Kralle. Oh mein Gott. So ein Benehmen. Oh mein Gott. Tiger Kralle. Ich weiß echt nicht, was ich mit mir machen soll. Och und jetzt halt doch schon mal still. Das macht nichts. Oh mein Gott. Danke. Oh mein Gott. Tiger Kralle. Das geht zu weit. Ach Tiger Kralle. Aber jetzt komm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. Hier. Ihnen noch einen schönen Tag. Adieu. Ebenso. Ebenso. Und jetzt – und jetzt –